Das ist unser Start mit meiner Fokker, Fokker D6. Es ist ähnlich wie Köcker DR1, der bekannte Rote Baron, wo fehlt eine Röschel hier. Und auch der Stichwitzschlager zusammen, beide Formationen, gleich und Fokker. Beide Maschinen können sich nach einer Beliebungsgrenze vom Fokker D6 untervorstehen, dass es ein Rettung zur Zeit sein muss mit Trennung. Hier sind wir jetzt also noch in dem freien Bereich. Beide Modelle liegen ungefähr vollgetankt, 24,5 Kilo. Also die beiden haben beim Bauten Niedels drauf geachtet, dass sie da unter den 25 Kilo bleiben. Und wenn wir sie jetzt mal an den Himmel gucken und sie nicht wüssten, dann würden sie sagen, das sind echte. Ja, ich hab's heute Morgen gesagt, gestern Abend war's, hab ich's hier schon mal gesagt, dass die Jungs hier trainiert haben. Ich hab's gestern nicht mal gewusst, dass Modellflugzeuge da waren. Wir waren ehrlich hoch, Jungs. Und wirklich absolut wundervoll, das Dunkel hier. Ja. Ja, das ist halt wie immer. Kommt halt doch auf die Große an. Also ein bisschen Kunstflug geht mit den Biggern auch, obwohl sie dort so alte Konstruktionen sind. Aber die haben sich zwar bieten gebaut, sie treten sie aus. Das ist gar kein Problem. Und dann hat man den Scherbett, wo man das vollen sieht. Ja, natürlich gibt es jetzt die sichere Modelle. Jawohl, halbe Rolle und Abschwung. Nicht nur, dass die beiden hier Kunstflug mit den Modellen machen. Nein, die machen auch noch Formationsflug. Das ist ein bisschen wie, die ist extrem schwierig. Die ist so wandtragend schwierig. Und natürlich auch im Modellflug. Weil man sich immer eigentlich nach dem anderen richten muss. Die Geschwindigkeit muss passen. Kommandos muss passen. Wann leite ich die Figur ein, wann leite ich sie wieder aus. Und hier haben wir noch die Schwierigkeiten, dass es noch nicht mal identische Modelle sind. Also es sind zwei komplett verschiedene Flugzeuge. Da muss man dann schon das Ganze extremst aussteuern. Dass es dann irgendwie synchron ist. Jawohl, sehr schön. Ja, zu den Foto-Roll-Spieglitz dahinter dann die VW G6. Wunderschöne Rennflugzeuge. Aber sie müssen das wirklich nachher mal im Stand von den Modellflieger in den nahen Einkommen geteilen. So mal extra raus analysieren. Modellflieger sind dafür bekannt, dass sie zum Teil sehr detailverliebt sind. Das sieht man an den Flugzeugen ganz deutlich hier an den beiden. Das sind sogar die Alterungssturen quasi sofort geworden. Und auch die Ölspuren vom Motor wurden sozusagen aufgebracht. Damit es so raus ist, als wäre es ein echtes, das gerade erst gebraucht würde und nicht geputzt würde. Und dann kommen sie sich zur Landung rein, fordern die Fokker, finden die Spielkicks. Geboten hat ihn halt wieder, den Gregor, die Fokker. Noch mal ein paar Worte zu den Motoren der beiden Maschinen. Hier die Fokker, die gerade abrollt, hat einen 170 Kubik 4-takter Mallard-Moto eingebaut. Das sieht zwar so aus, als wäre es ein Sternmotor. Das ist aber nur eine Attrafe, dahinter werkelt dann der Fokker. Und beim Stieglitz ist es ein echter Sternmotor mit 210 oder 220 Kubik, glaube ich. Echt oder? Auch ein Protakter. Jawoll. Aus der Schicht gibt es jetzt wieder...